mal dass die auch nicht rücken ja mit c4 kommt er noch ein natürlich einfach alles und die merken es nicht ja 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 Vielen Dank. Hier die Geschosse auffliegen. Scheiße, dann geht mein Boost noch. Fünf Minuten. Na gut, vier Minuten, aber ist ja egal. War ich ja eigentlich noch im Wohnen? Jo. Noch zwei. Ich bin mit 25, der hängt mir zum Hals raus. Das ist scheiße, die Treppe. Hör mal diese Mikroroppler. Warum ist denn das nur bei dem Modus so? Bei jedem anderen geht's doch auch. Alter. Ah, die haben schon eine Bombe gelegt. Achso. Boah, ey, diese Ruckler. Das ist nicht nur bei euch so, wenn ihr das überhaupt seht, aber es ist extrem gerade. Verdämmt. 31,19. 31,20 ergezahlt. Das wird auch nicht mehr hier. Aber ich würde schon fast fordern, wenn ich so schlecht bin. Ja. Pass auf. Ich halte mich nicht bei denen auf. Da sterbe ich ja nur. Geht gut ab hier. Das muss ich nur sagen. Also mit zu wenig Action darf man sich hier nicht beschweren. Ergezwägen zu wenig Action, damit wir das Deutsch mal korrekt halten hier. Junge Deutsch korrekt halten, so richtig. Wieder zwei Granaten bekommen. Scheiße. Ich werde doch nicht für das Sterben bezahlt. Ich bekomme zwar keine Vergütung. Oh, was soll ich? Boah, Zuckerwasser ist ewig, wenn man gesoffen hat. Au. Ich werde doch nicht aufhören. Ich werde doch nicht. Ich werde doch nicht aufhören. Wo bin ich denn hier? Alter! Hier geht doch die Pust ab, als gäb's kein Morgen. Also Munition und Heilung geht ein sinnig aus. Da ist auch nüscht. WTF? Wo kommt der her? Hat der schon die ganze Zeit tot, lol. So ein Hardcore-Panel. Ups. Au. Wow! Boah! Da hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht, das wäre ein Mitspieler. Oh ne, draußen schon ne Wetter. Ich tue mir natürlich erstmal weh. Natürlich Standard. Und dann, wenn man reinkommt, wird man über einen Haufen geballert. Jaaaa! Das macht Spaß nicht. Der ist drin. Geht gut ab, geht gut ab, gut ab. Ja, warum kann ich nicht weglaufen? Ja. 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 Wenn man oben im Kielfeld guckt. Ja. 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 Ach da. Ja. Ja, ich guck's oft auf mein nächstes, damit ich weiß, wie gut ich bin. gefühlt sind. features- die sich wundern. Warum ich anderes drauffluge. Och ne, schon大家都 wieder! Ach man Hätte ich einfach nur Hemmungswas reinhammern müssen Hab ich ja gemacht, aber dann war da noch einer Eine Grenade hätte ich es wahrscheinlich auch getan Oder zwei Ja, mein Gott Och, Menno Weiß überall Sinn Wenn es auf der Map total wie innen hat Auch wenn es Spaß macht Wenn es aber gut ist So, erstmal die Lage checken Und mich hierhin verpissen Boah, jetzt siehst du da gar nichts Ganz viele Punkte Ich liebe es Boah, wo ist denn der Gold Battle Pack? Wofür denn? Wofür habe ich denn jetzt ein Gold Battle Pack bekommen? Ah, ich bin ja 54 geworden Naja Cool Schnappt euch die Bombe Weil sie wurde fallen gelassen Ja, haben wir doch Schrottflinde Kann nicht wahr sein Mann, heutzutage tragen alle Brüllen Doch ich Ich habe Visionen Scheiße Bumm Eigentlich schon wieder sehr, dass die mit diesen Dingern rumknallen Packe ich mir auch eins ein Scheiße auf Defibrillator Das Ding bringt ja gar nichts Auf dem Weg zu B ist er Wo muss ich denn hin? Ah, okay Morgens vorhin Tsch Tsch Bis zum nächsten Mal Haut rein Tsch Dann hier, holen wir uns die Punkte noch ein Ich habe mich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie ein Wütsch geworden bin Erst durch das Battle Pack Ich habe mich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie ein Wütsch geworden bin bin Ich habe mich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie ein Wütsch geworden bin bin Na gucke an Tatsache Bis zum nächsten Mal Ich habe mich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie ein Wütsch geworden bin bin Ich habe mich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie ein Wütsch geworden bin bin Du willst mich abziehen, niemand kriegt mein iPhone Messer in mein Kopf, ich seh aus wie das letzte Einhorn Ich brauch mich vorm Jenseits nicht einzukacken Das Einzige, was nach meinem Tod passiert ist, dass die Nägel weiter wachsen